Sollte das nächste Ziel in Reichweite oder so anziehen Ich glaube das ist der einzige Typ der mich immer angefangen hat Das war ziemlich knapp hmm, da wäre ein Dots aber vielleicht gar nicht mehr so schlecht ne? Äh, 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 äh Ich sehe die beiden da oben nicht Ich sehe nur deren Schwerter Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Erstmal nervig, wenn du die zusammen mit den anderen Stärken kippen, ziehst Nice, nice oh stufe 50 auf die kundenkarte so das war es jetzt können wir eigentlich den schnell port da zum ja wo ist der typ nicht klammation service zum was zu dem typen da halt gehen wir jetzt wieder zu raumstation oder kantina oder aus nee wir gehen zu dem checker quest ding ja ich weiß nicht wo der ist möchte ich das sehen hier ich habe die deaktiviert die vier oben der zweite von oben was denn all glatt all glatt ist meiner mos anek müssen wir denn nein was schnell ding ins service nehmen und dann zu mir kommen wie zu dir gerade gesagt ich weiß nicht wo du bist guck dir die karte an ich weiß nicht habe ich dir doch gesagt auf dem schnell ding schnell reise genau ja und nun dann der zweite von oben links der spiel ist bloß auf deutsch spiel bloß auf englisch und und mauspack und jetzt müssen wir wieder nach oben Oh, ihr seid zurück? So schnell hatte ich euch nicht erwartet. Eure Macht ist beeindruckend. Sogar unter den Sith. Ihr wollt sicher ruhen, aber sagt mir doch. Habt ihr die Artefakte gefunden? Äh. Äh. Ich hätte nie gedacht, ich würde je ein Missionsbericht einreichen, geschweige denn einen Sieg verkünden. Wenn ich nicht hier gewesen wäre, würdet ihr immer noch nach Cherkers Droiden suchen. Oh, ich sehe schon böse aus. Hätten wir die Jawas nicht gefunden und das erste Artefakt nicht aktiviert. Schwer zu sagen. Da Darth Siltar tot ist, übernehme ich. Ich müsste... Ach, scheiße. Hab ich ja Dunkel 1 jetzt erreicht scheinbar. Äh, Dunkel 1 sollte schon längst sein. Ich wäre überrascht, wenn Mos Ila in einem Monat noch steht. Ich hab schon Kacke an dem Mundwinkel. Ich werde mein Bestes geben. Sichere Reise da draußen. Und seid vorsichtig. Diese Galaxis birgt jede Menge alter Geheimnisse. Wenn man sie gesehen hat, neigen sie dazu, den Blick zu erwidern. Ich bin sogar schon Dunkel 2. Müsste es auch schon Dunkel 2 sein. Was ist das denn? Dunkel 2. Oh, hab ich Dunkel 1 verpasst? Ich bin schon gar nicht mehr richtig rot. Das ist voll, voll blöd. Meine Augen sind ohne die dunkle Seite mehr am Leuchten als mit. Ach, kann man das einstellen? Ja. Wo? Wenn du auf das kleine Rüstungszeichen klickst. Wenn du C drückst. Mhm. Äh, sehe ich nicht. Da ist deine Kamera direkt drüber. Auf der rechten Seite. Ich hab's gerade. Und da dann halt dunkle Seite Korruption anzeigen, oder? Wenn ich das ausmach. Ich weiß nicht, wenn ich das anmach. Dann bin ich so leicht rosa. Und nicht mehr rot. Mir gefällts. Die war ordentlich rot als rosa. Und schon ist der Helm wieder drauf. Also, wir machen gleich weiter. Ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Und dann kann man das, was ich nicht so leicht rosa. Jetzt kann man das jetzt vor, was ich noch nicht rosa. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020